Hier haben wir ein neues Programm und hier kann Audiospuren reinnehmen. Hallo, hallo, Audio, Stereo, Motex-Im, tut gerade gar nichts. Das heisst hier müssen wir... Ah, hier ein Mikrofon anstatt... Ähm... Jetzt wird... Ah! Mein Gott! Ich habe verschrocken. So, aber jetzt schau an! Voll genial! Jetzt kann man da was aufnehmen, zum Beispiel... Genau! Genau nicht so! Aber jetzt kannst du irgendetwas sagen, irgendeinen tolle Satz! Ich war heute Benjamin Klaus gewesen. Sehr schön, da wissen wir Bescheid. Und jetzt kommt das Coole! Jetzt können wir den Teil nämlich hier beschneiden. Nein, hasse! Hoffentlich! Dann gehen wir weg dahinter, dann brauchen wir nicht. Dann kann man alles wegnehmen. Dann können wir anschauen, wie du das gesagt hast. Lassen wir mal rein. Ich bin jetzt schon mit Klaus gewesen! Wow, mit wahnsinnig viel Rauschen! Und jetzt kann man den Teil! So, äh... Wo man dort weg kann man schön kratieren. So, gut! Tadam! Dann nehmen wir mal nur ein Detail, oder das ist... Dann teile ich immer noch mehr oder weniger. So! Halt! Halt! Ich bin jetzt schon mit Klaus gewesen. Jetzt kann man noch Musik dazu machen. Ich bin jetzt schon mit Klaus gewesen. 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 Und dann geht weiter! Sehr schön. Oh, es lacht mir schon auf.